guten tag leute hier spricht wieder euer peter g und heute spielen wir wieder die bundesliga das war ein bisschen blöd gegen eindhoven alle waren so gut richtig gut leute und wir haben es dann einfach nicht hingekriegt ein tor zu schießen das war jetzt ein bisschen blöd leute aber das jetzt ist wieder bundesliga zeit und die müssen wir jetzt nützen leute die bundesliga wochen von dreier werden natürlich optimal leute und schöner 3 gegen werter bremen zu holen schöner dreier hole heute es wäre am effektivste zu schöner dreier zu holen heute und dann die bundesliga wieder ein bisschen neue kraft für die champions league leute so heute ein sieg gegen bremen das war natürlich wichtigsten schöne sieg zu holen mit dem fc bayern dann haben wir eine gute chance in der bundesliga wieder bilder ranzukommen hier manuel neu und dann haben wir eine gute chance und jetzt schon jetzt liegt auch wieder ein bisschen rein zu grufen leute und ich hoffe dass heute ein schönes spiel passiert bin ich gespannt leute ich bleibe noch defensiv leute mal ich bin mir noch nicht sicher genug leute ein bisschen zu weit vorgelegt aber ach schade das wäre die top chance das wäre die top chance für den fc bayern gewesen aber macht nix weiter geht's alter müller die zweite top chance alter müller die zweite top chance okay müller konnte ball auch nicht richtig treffen das war das einzige problem das war halt das problem von müller alle wandowski alle wandowski Oh man, Bayern hätte hier schon 2-0 führen müssen. Aber es sieht wohl nicht schlecht aus für den FC Bayern, der Start ist wohl gut. So können wir gut spielen, es sieht nicht schlecht aus. Oh man, Ripperie. Oh man, Ripperie. Es sieht aber gut aus, Bayern, Hoppe. Oh man. Oh man, jetzt machen wir ein bisschen Leichtingsfehler. In den letzten Minuten machen wir jetzt ein bisschen zu Leichtingsfehler, Leute, im Aufbauspiel. Ah, und wieder so ein Leicht. Oh man, Ripperie. Oh man, Ripperie. Oh man, Ripperie. Oh man, Tolisso kommt doch durch. Alter Schwede. Mann, Nomener. So, in der letzten 10 Minuten spielt Bremer jetzt nach vorne. So, Bayern hat zwei Topshows gekutzt. 왕? Wenn Sie die in die Jahre gesehen haben. Oh man, Ripperie. then Takkai. mock сделал sleeve der Zieren. Das war. Alter, Rashford, der ist der beste Spieler, finde ich, langsam. Da geht der Rentner, Alter. Ah, das war gut, ihn zu holen, finde ich. Oh, Alter Schwede. Und wir haben fast die erste Halbzeit rum, Leute. Aber wir führen, wir haben zwei Top-Chance-Karten, leider nur. Hä, was, wir sind jetzt Schiedsrichter, war doch wieder nix. Alter, manchmal, so fragt man sich echt, manchmal sind echt... ... ... ... ... ... Oh, Mann! Ah, ich kam nicht durch. Oh, Mann! Die erste Halbzeit von Bayern war nicht schlecht. Aber das Problem ist, er hat zwei Top Chancen, gerade durch Müller. Und die haben wir einfach, blöd, eine Torchance war ja knapp, aber da hätten Müller einfach ein bisschen besser den Pass oder den Schuss da in der Szene, Leute, da hätte er ein bisschen besser mit dem Ball weiterlaufen müssen oder halt schießen müssen. Aber ich habe mir jetzt überlegt, Leute, wir tun jetzt ihn mal rein, dass wir da mal wieder ein bisschen Tempo ins Vettel bringen. Hoffen wir mal, dass mit ihm, Krötzka und bisschen offensiver eine bessere Chance haben, hier mal ein Tor zu schießen. Okay, gegen Bremen haben wir ja letztes Sieb... Oh, Achtung! Bremen war ja auch die Mannschaft, die mal unentscheidig gespielt hat, im ersten Spiel und dann haben wir ja alles gewonnen. Gegen Bremen und das sieht so aus, dass das jetzt auch wieder passiert. Haller Lewandowski wollte ich eigentlich... Oh, Mann, aber mit Ötzgaard, mit Ötzgaard, Leute. Ist es, glaube ich, gut gewesen, dass wir ihn geholt haben jetzt, Donner. Und das nächste Spiel wird gegen die Mainzer kommen, okay, was machen wir jetzt? 50 Minuten gespielt, wir kämpfen, kämpfen, ackern und Krötzka, hopp, Krötzka, gib Gas jetzt, du musst Gas geben, du musst durchkommen. Alter Müller, Alter, was ist denn mit Müller heute los? Fängt es wieder so an wie gegen Eindhoven in letzter Zeit, Leute. Gegen Eindhoven haben wir acht richtige Dinger-Cut, Alter. Du haben acht Torchancen nacheinander-Cut, das ist abnormal. Mal. Mal. Morgen. Mal. Oigue. so ich wechsle jetzt glaube ich aber ich hoffe alle ist du jetzt nur müller rausnehmen müller da hat heute kein gutes spiel gehabt also so ein pech müller drei top chance drei top 34 top chance und macht alle vier top chance ich wollte rüber man auf kreuzgabe hätte man vielleicht ein bisschen an als er spielen müssen oh man aller was aber zur zeit ist hat alle die irgendwie die leichtigkeit wie in der letzten saison ist weg leute finde ich oh man wieder so der ball zu weit vorgelegt immer zu weit immer der ball zu weit vorgeschlecht auch nicht fehlen fehler fehler ötzgad komm gibt gas oh man was laufen heute wieder falsch schade schade Oh Mann, Alter. Was ist denn heute los, Alter? Das ist ja nicht normal. Alter, was ist denn heute los wieder mit Bayern? Das ist ja abnormal heute. Das ist nicht normal wieder so. Endlich, Alter. Endlich das verdiente 1 zu 0. Endlich, Leute. Alter Schwede. Das war ein Kampfspiel, Leute. Das war ein Krampf, Alter, für den FC Bayern heute. Das war ein Krampf. Müller, Alter, Müller hat Top-Chance gehabt. Müller hat die Top-Chance gehabt. Und konnte sie einfach nicht nützen. Leider. Oh, super. Lewandowski macht sein drittes Tor im dritten Spiel. Es sieht gut aus für Lewandowski. So, Özge, der hat geackert, gekämpft. Muss man schon sagen, es war ein guter Spiel. War nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal was. Hoffen wir mal, dass wir das Spiel durchstehen. Oh, jetzt tun wir uns gegenseitig noch. Jetzt tun wir uns gegenseitig die Bälle noch vertundeln. Aber Leute, Rashford hat es verdient, Leute. Dieses Tor hat Rashford es verdient. Was er in der ersten und zweiten Halbzeit geackert hat für die Bayern. Hat Tore vor Arbeit. Und jetzt macht er sein Tor, Alter. Gut, Rashford. Super Vorteil. Gut. Oh, Mann. Am Ende hat Bayern doch noch es hingekriegt, Leute. Und Rashford sein erstes Tor in dieser Saison gemacht, Leute. In der Bundesliga mal wieder. Ah, Mann. Gut. Ah, 3-0. Okay, 3-0 wäre übertrieben für Werder Bremen, finde ich. Es wäre ein bisschen zu hart für Werder Bremen gewesen, 3-0 zu verlieren. Bayern hat es wieder gut gepackt, Alter Lewandowski vier Top-Chancen noch nicht gemacht. Es ist diese Saison ein bisschen mehr Tor-Chancen, nicht so gut wie die letzte Saison. Die, Alter, das war auch Pech. Alter, war das Pech, Leute. Aber der Tormann von Werder Bremen war richtig gut. Wolfsburg gewinnt. Schalke, Köln, Mainz, Hoffenheim. Wir haben alle Unterschiede. Oh. Das heißt, glaube ich, wenn ich mit Wolfsburg, glaube ich, mit oben in der Gruppe. Genau. Aber Bayern hat, oh, Bayern, ja. Bayern ist an der Tabellenspitze mit hinter Köln. Und jetzt spielen wir gegen Mainz. Und Mainz muss gewonnen werden, Leute. Aber ich denke, gegen Mainz 05 spielen wir erst beim nächsten Mal, würde ich sagen. Somit sagt euer Peter, geben tschüss, bis dann und PG bis dann.